Yeah, Penis, Penis, ihr wisst Bescheid Ich hier ist Penismann, so sieht's aus, was geht ab, yo Klopp, klopp, hier ist Penismann, schick mal deine Freundin raus Deine Crew bietet sich an, wie in einem Freudenhaus Du siehst wie ein Opfer aus, Penismann wird aggressiv Ich trag heut nur eine Kappe, dass man meinen Penis sieht Der Dativ ist der Genitiv, wie mein Glied für Wack MCs Deine Mucke zört mich ab, wie ein Excess Positiv Bei dir hängt der Haussegen schief, deine Frau hat Schluss gemacht Jetzt liegt sie hier in meinem Bett, mit einem Schließmuskel krampft Grad ist mir die Lust vergangen, Penismann liebt frisches Fleisch Wer Penismann und Rüsse reibt, hat danach drei Wünsche frei Ich bin in der Zeit gereist, ich hab deinen Tod gesehen Und daneben deine Frau, die mir an die Hose geht Ich schenk ihr ein Stoßgebet, nämlich Mr. Dauerständer Ich bin nicht nur für die Frauen, sondern auch ein Traum für Männer Wack MCs wollen sich ändern, wollen so sein wie Penismann Doch ich hab nur für die Frauen ein Spezial-Trainingsprogramm Komm aufs Penismann-Konzert, stell mir deine Freundin vor Wir chained zusammen, ich säusel ihr voll perverses Zeugs und Ohr Will Hardcore-Matratzensport, Penismann läuft Marathon So gut wie hier, dies von dir bisher doch noch nie bekommen Wack MC, lauf davon, nimm gleich dein Fake-Eis mit Lass ruh deine Freundin hier, Penismann kümmert sich Wer Penismann den Raum betritt, staun über das Frauenmagnet Mein Glied eilt mir voraus, Penismann ist aus der Bild Penismann Hip-Hop Array, Wack MC, Hip-Hop ist gay Ich laufe nackt durch die Stadt, keine Hose, kein Problem Scheiß auf das Game, du hältst dich für ein Individuum Deine Frau hört, Penismann betreibt Selbstbefriedigung Hab dein neues Video, in dem du eine Maske trägst Dein Backup-Rapper trifft den Takt, leider nur aus Versehen Deine Frau hat mich gesehen und Penismann gekugelt Dann hat sie mit dir Schluss gemacht, weil du ihr zu schwul bist Auspez protege очень sehr gut und wie mir Mum Du machst dich convenience und bei mir the Palm ist die erste Idee- ciINEgande prih in den philanthropic contemporary Verkommщik Technik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020